Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich werde euch wieder mit durch meinen Alltag nehmen. Wir waren heute schon fleißig. Wir waren nämlich im Krankenhaus für die nächste Untersuchung. Ich bin ja jetzt mittlerweile in der 31. Schwangerschaftswoche. Ja, war alles so, wie es sein sollte. Und ich wollte euch mal zeigen, was wir gestern noch gekauft haben fürs Baby. Und zwar diesen Spielbogen. Ich habe ihn schon mal geöffnet, aber noch nicht ausgepackt. Lasst uns den mal zusammen betrachten. Die sind ja recht teuer in Deutschland, soweit ich weiß. Und der hat jetzt umgerechnet so 16 Euro gekostet. Oder 15. Ja, fangen wir an. Hier in diesem kleinen Tierchen, da ist so ein Quietsche-Mechanismus. Ja, das ist schon. Und hier haben wir noch zwei, ja, Rasseln. Einmal ein Nähpferd und ein Naso an. Ist ganz süß. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Marke das hat. Aber das können wir ja mal weiter schauen. Hm, ja, ich würde sagen, steht nicht drauf. Und dann steht es nicht in Englisch drauf. Ui. Ja, das haben wir wieder zufällig gefunden. Wir finden irgendwie alle unsere Babyprodukte zufällig in einer unserer Apotheken. Also wir wollten eigentlich was anderes kaufen. Ja, und dann hatten sie das da. Das war natürlich perfekt. Wir waren vorher noch in einer anderen Apotheke und wollten da was kaufen. Hatten sie auch nicht. Aber da hatten sie Wickelunterlagen. Die haben wir da natürlich auch genommen. Ich versuche das jetzt mal ohne Anleitung, denn das dürfte ja wohl nicht so schwierig sein, das da einfach dran zu machen. Oder doch? Nein. Ich gucke doch immer noch mal in die Anleitung. Ach man, oi. Okay. Man brauchte doch dieses Ding. Ja, kein Problem. Ich dachte, das wäre nur zum Halten gewesen. Aber trotzdem frage ich mich, wie das andere da durch soll. Das ist doch drüber. Das ist doch... Das war's. so sieht es doch schöner aus jetzt kann man hier mit den haken die tiere dran machen ist auch ein ganz schönes material also nicht so hart kann man machen und von unten ist das so ja das sieht doch ganz gut aus finde ich ich frage mich halt nur wie das baby an diese rasseln kommen soll die sind finde ich ein bisschen hoch aber ansonsten sehr schön kann man die decke denn waschen nein nur in handwäsche ja doch ist es ganz süß man kann das gibt sogar verschiedene möglichkeiten sich gerade das aufzubauen also man muss das nicht nur über kreuz machen sondern man kann das auch nebeneinander machen so wie die schon eingepackt waren das ist natürlich auch okay aber ich glaube über kreuz finde ich das am schönsten ihr habt ihr auch euer baby oder kind so einen spielbogen oder spielring oder teppich wie auch immer man das nennt gibt ja noch aus holz oder mit melodie oder irgendwelchen sachen lasst mich das mal gerne in den kommentaren wissen was so eure erfahrung damit ist ob euer kind das gut findet oder er nicht so daran interessiert ist so wir haben mal wieder ein mega projekt vor und zwar seht ihr schon auf meinen geliebten im hintergrund wir müssen den etwas mal wieder aufpimpen ich sage euch mal kurz ein paar technische sachen zu diesem gerät und das ist natürlich kein neuer den haben wir gebraucht gekauft der ist von ende 2009 und ich habe den ungefähr würde ich jetzt sagen zweieinhalb jahre und wir mussten leider schon einiges daran reparieren beziehungsweise aufwerten und jetzt mittlerweile ist der so gut wie aktuell ein i mac der knapp 3000 euro kostet und ich bin so froh mein mann ist technisch mit solchen sachen extrem begabt und wir haben so viele sachen ausgetauscht wo der hersteller und auch viele computerexperten sagen nein das kann man nicht austauschen oder das ist nicht kompatibel also ich kann euch zum beispiel mal einige sachen nennen wie gesagt er ist von ende 2009 und man sagt halt so das betriebssystem ist halt dann dementsprechend von dem baujahr oder vielleicht noch ein update oder so nein meiner hat jetzt das aktuelle betriebssystem von 2017 oder 18 heißt sierra das konnten wir nämlich tatsächlich drauf spielen und wir hatten vorher hdd hard drive das war ein terabyte aber das ist kaputt gegangen das mussten wir dann entsorgen und normalerweise muss man da sollte man laut hersteller genau das gleiche modell wieder verwenden aber wir haben jetzt eine ssd karte von halben terabyte drin von samsung glaube ich war die und eigentlich kann man die nicht verwenden aber wir haben trotzdem eingebaut mit ein paar kleinen helfern nicht wenn ich mich recht erinnere ist noch eine wäscheklammer in meinem computer die das hält weil es keinen rahmen dafür gibt und heute müssen wir dringend den cpu austauschen also es funktioniert noch aber mein computer wird extremst heiß das heißt die thermopaste ist halt schon ziemlich alt oder vielleicht gar nicht mehr vorhanden und wir haben jetzt diesen gebraucht gekauft ich bin mir nicht mehr sicher ob das jetzt bei ebay war oder bei so einem speziellen computer gebrauchthersteller aus amerika das hat auf jeden fall 30 dollar gekostet oder der cpu ich bin mir nicht sicher was der korrekte artikel ist und dieser computer hat jetzt aktuell i5 oder i5 und das ist i7 also haben wir auch besser und ich denke der hersteller hat auch gesagt dass man das nicht verbessern kann in dieser weise aber wir werden das heute machen und ich nehme euch mit beziehungsweise ich werde das nicht machen mein mann wird das machen ich werde nur der kleine helfer sein ja und ich nehme euch mit ich hoffe ihr habt interesse und spaß daran und ich nehme euch mit ein paar Ja, was wir jetzt austauschen müssen, ihr seht dieses große hier, das ist das Maserboard, das müssen wir raus machen und da drunter befindet sich der CPU, den wir ja austauschen wollen. Noch eine andere Sache, das war das Teil mit der Wäscheklammer, das ist die Grafikkarte und auch hier hatten wir das Problem, dass die relativ am Anfang, als ich den Computer gekauft hatte, kaputt gegangen ist und man schmeißt ja eigentlich dann sowas weg und kauft eine neue. Aber mein Mann hat recherchiert und hat rausgefunden, dass man die, jetzt wirklich haltet euch fest, das ist kein Witz, im Backofen backen kann und angeblich sollten dann die beschädigten Komponenten wieder intakt sein. Wir dachten, okay, hört sich nicht schlecht an, wenn wir es eh wegschmeißen müssen, um eine neue zu kaufen, dann probieren wir es doch aus. Das heißt, wir haben die wirklich in den Backofen gelegt, ich weiß nicht mehr, wie viel Grad das war und haben die halt nach der Anleitung gebacken und sie funktioniert wieder. Sie funktioniert richtig gut. Ja, also das wird jetzt etwas dauern, dieses Motherboard zu entfernen, weil wir haben hier 16 kleine Kabel. Ihr seht schon, hier sind welche, hier unten sind noch welche, da ganz unten drin sind noch einige, dann wollen wir das auch mal ein bisschen entstauben. Das ist auch, glaube ich, mal notwendig. Ja, wir werden jetzt die Kabel vorsichtig entfernen und nummerieren. Also bei der HDD-Karte war dieses Kabel, was wir jetzt nicht mehr benutzen, das Kabel für den Temperatursensor und je nachdem, wie hoch die Temperatur war, hat halt dieses Teil, das ist halt der Ausgang für den Ventilator, dieses Teil, also die HDD-Karte gekühlt und die neue SSD-Karte benötigt diesen Extra-Temperatursensor nicht mehr. Und es wird natürlich trotzdem dadurch gekühlt, aber durch die Standardeinstellung der Kühlung in dem Computer. Das ist jetzt die Grafikkarte. Wir haben übrigens dieses Schraubenzieher-Set, ihr seht, wie viele von denen da drin sind. Das braucht man tatsächlich, ja, wenn man so ein Projekt angehen möchte. Wir haben jetzt für uns die Kabel markiert, dass wir wissen, wo die später wieder hinkommen. Und wir werden jetzt anfangen, das zu entfernen, das Motherboard. So, wir mussten jetzt doch mal hinlegen, den Monitor, weil man da sehr schlecht dran kommt an die Schrauben. Also es scheint so, dass das Motherboard da noch festgemacht ist. Also diese beiden Chips, das war jetzt der Sram, das haben wir von dort entfernt. Könnt ihr da einfach so rausziehen. Ich gehe mal davon aus, dass es das gleiche, zweimal Raum dann. Also insgesamt 16 Gigabolt. Also eine Sache ist hier noch fest. Und zwar seht ihr dieses Kabel, dieses Dicke. Genauso wie das Kabel hier, was in das Dicke reingeht. Und dieses Kabel dort. Die sind alle noch hinten festgemacht. Das müssten wir dann separat nochmal entfernen. less Dicke reingeht. Dave. Wie weiß ich, also Dicke Heim. ω и 정 awardedlevelảo dem Spiel Maar Oro. Was ist das Dicke? Ja, gesagt noch�, wird Dicke. Und5. erst einsam fides. Und jetzt annotation wettet ihr. Auldffer Dicke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damit kann man die recht gut entfernen, vielleicht mehrere Tücher, aber das reinigt die extrem gut von allen Flächen weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt können wir im Prinzip dieses Teil schon wieder drauf machen. Das war genug an der Thermopaste. Und die zweite Seite brauchen wir deswegen nicht zu bestreichen oder mit Thermopaste zu beschmieren. Ja, und jetzt machen wir alles wieder fest und bauen es ein. Ja, ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt den CPU installiert bzw. angebracht mit der Thermopaste. Und jetzt müssen wir natürlich alle Sachen wieder dort reinbringen und die Kabel anschließen. Das wird wieder einige Zeit dauern, weil wir müssen halt sicherstellen, dass wir das richtige Kabel machen. Wir müssen die Markierungen entfernen, aber ich zeige euch dann gleich, wie es aussieht, wenn wir die Sachen wieder an ihren ursprünglichen Platz gebracht haben. So, wir haben es jetzt ungefähr drei Stunden später, vielleicht auch fast vier. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich habe extrem Angst, dass es nicht geht oder dass irgendwas gelöscht ist. Ja, wir haben auch noch nicht die Scheibe drauf gemacht, falls irgendwie was neu gemacht werden muss. Ich mache den mal an. Zumindest macht er Geräusche. Das dauert immer ein bisschen, also. Okay, Bildschirm ist auch halt da. Es lädt. Gut. Hauptsache, es lädt weiter. Jetzt schiebe ich an. Und die Daten sind da. Okay, super, wir haben es geschafft. Perfekt. Sehr gut gemacht. Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen von diesem Computerteile-Austausch. Und das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.